Weihnachten steht vor der Tür, aber der Weihnachtsmann ist verschwunden. Selbst die Schlotterane machen sich Sorgen. Bedeutet das, dass Weihnachten ausfällt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist denn jetzt los? Alle sind außer sich. Irgendwie geht hier alles schief. Wo ist er denn jetzt bloß? Hey Mario, du musst uns helfen. Geht es um den Weihnachtsmann? Was ist denn genau passiert? Ich weiß es auch nicht. Aber normalerweise haben wir um diese Zeit immer schon die ganzen Spielzeuge bekommen. Wir machen sie nämlich für den Schlitten fertig, damit der Weihnachtsmann die Geschenke dann austragen kann. Aber wenn ihr das alles noch nicht bekommen habt, dann sind die Spielzeuge vielleicht nicht fertig. Das kann aber nicht sein, Mario, wirklich. Kannst du nicht den Weihnachtsmann besuchen? Aber ich weiß doch nicht, wo er wohnt. Bitte, such sein Haus. In Ordnung, ich werde es versuchen. Ich frage gleich mal Peach, ob sie mir behilflich sein kann. Hey Peach, weißt du vielleicht, wo der Weihnachtsmann wohnt? Oh Mario, tut mir leid, aber ich habe leider keine Ahnung. Das weiß doch niemand. Aber würdest du mir helfen und mitkommen? Ich muss ein Haus finden, um nachzusehen, ob es ihm gut geht. Ich weiß nicht so recht, Mario, ob das so eine gute Idee ist. Aber Peach, wenn wir den Weihnachtsmann nicht finden, fällt Weihnachten aus. Und alle Menschen sind todtraurig. Du hast ja recht. Okay, ich helfe dir. Los geht's. Es ist echt bitter kalt hier. Ja, wem sagst du das? Vorsicht, Mario. Uiuiui. Das ging gerade noch mal gut. Ja, ich denke, dass der Weg zum Weihnachtsmann alles andere als einfach ist. Das ist auch der Grund, warum ihn noch niemand gefunden hat. Oh, Vorsicht, Mario. Blockaden. Was seid ihr denn für welche? Komm, Peach, trau dich. Du musst da durchkommen. Ja, ja, ich komme ja schon. Wow, 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 ich habe einen Schlittschuh. Wow, yay. Mario, hör auf mit dem Blödsinn. Komm, wir müssen den Weihnachtsmann finden. Au, wow. Siehst du? Selbstschuld. Okay, okay, Peach, du hast ja recht. Dann komm rüber. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Jetzt hätt's doch nicht so. Hast du eigentlich eine leise Ahnung, wo der Weihnachtsmann leben könnte? Also, um ehrlich zu sein, nein. Deswegen dachte ich, wir laufen wild durch die Schneewelt, um ihn zu finden. Aber das klingt so, als hättest du überhaupt keinen Plan. Okay, Peach, jetzt mal im Ernst. Gibt es irgendwo eine öffentliche Adresse vom Weihnachtsmann? Also, hey, nicht, dass ich wüsste. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich meine nur, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und die braven Kinder, so wie auch Eltern, kriegen ihre Geschenke nicht, wenn wir uns nicht beeilen. Ich weiß, ich weiß. Okay, let's go. Guck mal, vielleicht finden wir eine Lösung. Au. Oh, Mensch, Peach. Wow, 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 Vorsicht. Oh, da vorne. Das ist bestimmt eine Abkürzung. Warte doch auf mich, Mario. Ui, ui, ui. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Keine Ahnung. In irgendeiner Höhle? Vielleicht versteckt sich der Weihnachtsmann in der Höhle. Aber warum sollte der Weihnachtsmann in der Höhle sein? Ui, ui, ui. Alles okay, Mario? Ja, alles bestens. Guck mal, ein Powerstern. Den nehmen wir gleich mal mit. Komm, wir gehen durch die Röhre. In Ordnung. Und zack, zack. Hallo, Freunde. Hä? Luigi, was machst du denn hier? Naja, ich helfe euch, den Weihnachtsmann zu finden. Habt ihr ihn schon gesehen? Nee, leider nicht. Aber lasst uns in die Röhre. Irgendwo muss er doch sein, oder? Okay, let's go. Ja, los geht's, Luigi. Hm, vielleicht irgendwo hier? Ach, schaut's euch an. Die Mario Brothers Dumpfbacken sind auch hier. Suchen sie etwa auch den Weihnachtsmann? Hehe. Hier sieht es so wunderschön aus. Und irgendwo hier in der Nähe müsste der Weihnachtsmann leben, oder? Wir sind am äußersten Punkt des Nordpols. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weihnachtsmann hier irgendwo lebt. Ich hoffe sehr, dass wir ihn finden können. Denn viel Zeit bleibt uns nicht mehr übrig, um ihn zu finden. Glaubt ihr, dass wir das noch schaffen werden, Freunde? Ähm, Freunde? Ihr sollt doch jetzt keinen Schneemann bauen. Kommt schon. Die nehmen auch wirklich kein Abenteuer ernst. Typisch Mario Brothers. Okay, okay. Dann schauen wir uns mal weiter um. Hier irgendwo in der Nähe müsste der Weihnachtsmann leben. Und hier baut er wahrscheinlich auch sein ganzes Spielzeug. Das denke ich auch, Mario. Komm, wir dürfen nicht aufgeben. Hey, wartet mal. Was ist los, Luigi? Schaut mal da drüben. Das muss das Haus des Weihnachtsmannes sein. Wir müssen schnell zum Weihnachtsmann. Gut gemacht, Luigi. Schnell durch die Röhre. Wir sind bald da. Oh nein, schnell. Wir müssen uns verstecken, bevor sie uns sehen. Sie bringen uns direkt zum Weihnachtsmann. Hehehe. Los, los, los. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Sehr gut. Lauft nur schön weiter. Ich frage mich wirklich, was mit dem Weihnachtsmann passiert ist. Geht es ihm gut? Sitzt er im Haus oder ist er vielleicht sogar unterwegs? Schnell hinterher, bevor wir die Spur verlieren. Hey Mario, warte mal ganz kurz. Was ist los, Luigi? Ich muss dir was zeigen. Guck mal da drüben. Ist das nicht süß? Da ist ein richtig schöner Polarfuchs. Oh, der ist ja goldig. Ja, das stimmt, Luigi. Und du hast auch recht, Prinzessin Peach. Aber wir müssen wirklich weiter. Okay, das ist unsere Chance. Die sind gerade abgelenkt. Lass uns schnell den Weihnachtsmann besuchen. Ich habe noch was sehr, sehr Wichtiges zu erledigen. Weihnachtsmann, bist du da? Klopf, klopf. Ich komme rein. Okay, aber jetzt müssen wir zum Weihnachtsmann, Luigi und Prinzessin Peach. Wir müssen doch nachsehen, ob es ihm gut geht. Denn wir wollen Weihnachten retten. Schnell. Weihnachtsmann, bist du hier in diesem Haus? Das muss einfach sein Haus sein. Schaut mal, wie schön es geschmückt ist. Hier wohnt der Weihnachtsmann. Peach, Luigi, bleib hier. Ich erledige das allein. Bist du dir sicher? Ja, vertraut mir. Wartet hier draußen und haltet die Stellung. Okay. Wow. Sieht es so beim Weihnachtsmann aus? Sieht aus wie in einer Kirche. Weihnachtsmann? Weihnachtsmann, wo bist du? Wow. 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 So war das aber nicht geplant. Cappy, bitte, bitte, hilf mir. Nein. Wow. Oh. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Stellt der Weihnachtsmann hier sein Spielzeug her? Wer bist du denn? Hallo. Willkommen. Das ist die Spielzeugschachtel des Weihnachtsmannes. Und wir kümmern uns um diesen Ort. Hier wird das Spielzeug für Weihnachten hergestellt. Oh, wie schön. Hey, da ist ja Kapitän Toad. Hey, Toadie, warte auf mich. Wow. Toll, eine Holzeisenbahn. Abfahrt und vorwärts. Hallo, Mario. Toll hier, nicht wahr? Ja, und wie. Aber ist der Weihnachtsmann etwa hier in seiner Spielzeugfabrik? Wir müssen mal gucken. Wo bist du, Weihnachtsmann? Oh, hier gibt es so viele tolle Spielzeuge. Das sind alles Spielzeuge für Weihnachten. Für all die Kinder und auch Erwachsene da draußen. Ja, ja. Natürlich nur für die ganz braven Menschen. Für die ganz braven Kinder. Für die ganz braven Eltern. Die, die böse waren, kriegen nichts. Aber ich frage mich, wo der Weihnachtsmann ist. Denn die ganzen Geschenke können nicht ausgeliefert werden, wenn der Weihnachtsmann nicht da ist. Aktuell sieht es so aus, als wäre er spurlos verschwunden. So, einmal die Schraube aktivieren. Dann dreht sich das nicht mehr. Und hier noch. Das müssen wir lockern. Perfekt. Auf zum Superstern. Und let's go. Wow, das sieht ja auch cool aus. Hier auf diesem Förderband werden, glaube ich, die ganzen Spielzeuge verarbeitet. Das heißt, die Einzelteile kommen oben rein. Und unten kommt das fertige Spielzeug heraus. Ah, was ist das denn? Wow, 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 wow. Ich, ich bin eine Feder. Ui, 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 ui. Das habe ich mir aber eigentlich nicht zu Weihnachten gewünscht. Vorsichtig. Bloß weg hier. Diese Mecha-Koopers können Feuer speien. Und ich möchte mich da ungern treffen lassen. Ui, weg hier. Laserstrahl. Weihnachtsmann, ist das alles von dir? Ist ein bisschen gefährlich in deiner Fabrik. Möchte ich mal ganz kurz gesagt haben. Und weiter, weiter, weiter. Nicht aufgeben. Und boing. Und boing. Oh, 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 ups. Salah, boing. Jetzt aber. Entschuldigung. Und weiter nach oben. Ja, da ist der nächste Stern. Ich habe... Wow, da ist ein Mario in 8-Bit-Form. Und jetzt sind wir auf einem Teller gelandet. Ja, die Erwachsenen haben sich wahrscheinlich Geschirr gewünscht. Löffel, Gabel. Also Besteck und Geschirr. Alles ist dabei. Okay, dann schnappe ich mir erneut die Feder, um in dieses Gefäß zu kommen. Denn da ist der nächste Stern. Und kabum. Los geht's. Auf zum nächsten Planeten. Hä? Was ist das denn? Ein Bowser-Roboter? Oh nein. Hat Bowser etwa den Weihnachtsmann entführt? Steckt er hinter all dem Bösen? Oh man, Bowser. War doch sowas von klar. Okay, wir müssen dieses komische Spielzeug hier kaputt machen. Ein Bowser-Spielzeug. Ich glaube, das ist ziemlich gefährlich. Zack. Auf die andere Seite mit uns. Und auch hier drehen wir die Schraube rein. Denn dadurch kommen wir zum Stern. Auf geht's. Weiter nach oben. Hier ist die Platine des Roboters. Wenn wir die Schrauben lösen, sollten wir in die Platine kommen. So, das war Nummer 2. Schraube Nummer 3. Und Nummer 4 folgt zugleich. Sehr schön. So, und jetzt können wir da rein. Aber Achtung, da ist ein Mecha-Cooper. Bitte kein Feuerspein, mein Lieber. Ei, ei, ei. Da unten ist eine Röhre. Die schnappen wir uns. Und dann geht's runter. Wupp, wupp, wupp. Ui, 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 ui. Okay, weitere Mecha-Coopers. Entschuldigung. Ich suche den Weihnachtsmann. Ihr habt ihn nicht zufällig gesehen. Ei, 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 ei. Heiße Angelegenheit. Okay. Alles ist paletti. Alles ist gut. Und über den Arm sollte ich bis ganz nach oben zum Kopf von diesem Bowser-Roboter kommen. Zumindest hoffe ich das. Einmal drehen. Und der Arm löst sich. Oh, schnell nach oben, schnell nach oben, bevor es zu spät ist. Gerade noch rechtzeitig. Und da wären wir auch schon. Gut, dann schnappen wir uns jetzt wieder die Federfähigkeit und müssen da durch. Kamek, was machst du denn hier? Verschwinde von hier. Das ist der Roboter von Bowser. Mach ihn nicht kaputt. Doch, genau das tue ich. Denn ich habe den Weihnachtsmann entführt. Aua, 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 aua. Jetzt müssen wir nochmal die Feder holen. Was erzählst du denn da? Wir haben den Weihnachtsmann nicht entführt. Wir haben keine Ahnung, wo er ist. Ach, Kamek, hör auf zu lügen. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Ihr steckt immer hinter all den Übeltaten. Denk, was du willst, aber mach nicht den Roboter kaputt. Doch, doch, doch. Das werde ich. Ich muss es einfach tun. Denn ich muss den Weihnachtsmann finden. Und zack, nach oben. Vorsicht, ziehe ich an dem Laserstrahl vorbei. Und jetzt. Kader, bomb, bam. Das war's für den Spielzeugroboter von Bowser. Wow. Wir haben ihn kaputt gemacht. Sehr cool. Wir haben euch gerettet. Oh, danke schön für die Rettung. Gut gemacht. Du hast es echt drauf. Danke schön, danke schön. Du hast mich gerettet. Du hast mich gerettet. Irgendwie wurden wir in diesen Roboter verbaut. Ich dachte, es sei aus mit uns. Okay, jetzt hole ich mir erstmal den Powerstern. Und dann raus aus der Spielzeugschachtel. Wir haben es geschafft. Aber wo ist eigentlich der Weihnachtsmann? Der muss doch hier irgendwo sein, oder? Bowser, da bist du ja. Ja, ja, einmal im Jahr kann man freundlich sein. Äh, was? Mario, es ist Weihnachten. Ich hab dir nichts getan. Was willst du von mir? Du hast den Weihnachtsmann entführt. Gib's einfach zu, Bowser. Hab ich gar nicht. Ich war nur in seinem Haus, um einen Spielzeugroboter hinzustellen. Manche Kinder wünschen sich einen Bowser. Was? Seit wann bist du denn so freundlich? Aber deinen komischen Roboter hab ich sowieso zerstört. Hast du nicht wirklich gemacht, oder? Na warte, Mario. Das gibt Ärger. Ich werde dich auch diesmal besiegen. Das weißt du. Hau, hau, hau. Hä? Der Weihnachtsmann? Streitet euch nicht, meine lieben Kinder. Es ist Weihnachten. Das feste Liebe. Ich bin spät dran, aber alle kriegen ihre Geschenke. Was? Die Weihnachtsoper gibt's ja wirklich. Wow. Fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes Fest an alle Katzenfreunde. Warum der Weihnachtsmann weg war, bleibt eurer Fantasie überlassen. Aber dieses Jahr feiern Mario und Bowser zusammen Weihnachten. Und das Fest ist gerettet. Möchtet ihr die Geschichte sehen, in der Mario als Weihnachtsmann arbeitet? Dann tippt hier auf dieses Video. Fröhliche Weihnachten und bleibt katztastisch. Wauw! Wauw! Wauw!